. Es gibt einen ganz knappen Punktestand. Mal schauen, wer heute am Ende für einen guten Zweck 3.000 Euro spenden wird. Aber zunächst mal freue ich mich sehr, die Hauptdarsteller begrüßen zu dürfen. Zunächst mal freue ich mich auf Martin Baudrechsel. Hallo, herzlich willkommen. Freue mich auch. Ich freue mich sehr, aus Köln angereist Mario Kodaska. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich hoffe, du bist wieder voll motiviert. Ja, heute ist nichts geplatzt. Und natürlich Ralf Zacherl, das Unikum der deutschen Küche. Ja, zumindest vom Aussehen, kann man so sagen, oder? Es ist nur der Corona-Bad, ich kann da nichts dafür. Es wird auch wieder anders. Okay, wir freuen uns sehr, dass du auch gekommen bist und dich dieser guten Sache stellst. Wir freuen uns auch, dass Nelson Müller nachher das Ganze beurteilen wird. Und wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. In 35 Minuten warten auf unsere Hauptdarsteller. An die Töpfe, fertig, los. So, und das Besondere heute ist, liebe Zuschauer, natürlich, dass wir einen Warenkorb haben im Finale. Den werde ich gleich erzählen, bevor Sie auch wissen, was die Kollegen kochen. Erstmal der Punktestand ist. Heute geht es um alles. Heute gibt es nämlich doppelte Punkte. Und jeder kann noch im großen Finale gewinnen. Wir fangen mal an, oben bei dem Ralf. Der hat bis jetzt vier, fünf, sieben Punkte. Mario hat drei, sechs, acht, neun Punkte. Und der Herr Baudrechsel hat acht Punkte. So, also soviel erstmal dazu. Heute, wie gesagt, gibt es sechs Punkte, vier Punkte und zwei Punkte für den nicht ganz so guten. Was ist der Warenkorb? Sie sehen hier vorne Folgendes. Hauptzutaten sind, die müssen auf jeden Fall vorkommen, ist das Berlhuhn, ist der Spargel. Und das ist Burrata, dieser Mozzarella, der innen so mit einem Cremi gefüllt ist. Weitere Zutaten, die man auch noch verwenden kann, ist Babyspinat, Avocado, Speck, neue Kartoffeln, bunte Tomaten und Basilikum. Und natürlich, liebe Zuschauer, hat man das in der Küche, was zum Standard gehört, nämlich Mehl, Eier, Zucker und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was sich unsere Köche einfallen lassen. Ich habe mir schon was einfallen lassen. Ich mache nämlich für Sie heute ein Spargelrösti mit Räucherlachs und einer schönen Dillcreme fraiche. Dazu später mehr. Jetzt erstmal würde ich sagen, begrüßen wir ganz herzlich und bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz. Herzlich willkommen, Martin Baudrechsel, willkommen. Dankeschön, hallo. Wie fühlst du dich? Total toll. Ich fühle mich sehr gut, ja. Und was wirst du heute aus den Hauptzutaten erstmal machen? Oder generell, wie heißt dein Gericht? Also ich habe, ich mache das Perlhuhn. Einmal mache ich die Keule, die Unterkeule. Die werde ich braten und in den Ofen schieben. Dann mache ich so eine kleine Kräuterkruste für die Brust. Pack die unter die Haut und brate die ebenso. Und das Ganze wird dann serviert mit der Burrata. Burrata ist ja so ein Produkt. Wo ist sie denn? Hier, Burrata ist ja so ein Produkt, das lässt man alleine. Ja, das ist witzig, hier die Burrata in den Vordergrund zu stellen. So als wäre die Burrata sozusagen der Hauptdarsteller. Und eben nicht das Perlhuhn. Ich bin mal gespannt, was mit der Burrata dann passiert. Ob die dann einfach nur auf den Teller kommt und der Rest außenrum. Oder ob damit auch noch was gemacht wird. Das kann man hier aus dem Titel nicht so richtig erkennen. Ja, also ich lasse das. Ich ritze das ein, ich mariniere das ein bisschen. Also das ist das da auf dem Teller außenrum. Eine Spargelsalsa mit Tomate und dazu eben das Hühnchen. Also zweierlei vom Perlhuhn kann man sagen. Okay, viel Erfolg und viel Glück heute. Heute geht es um alles. Und wir freuen uns auf Mario Kodaska. Lieber Mario, was wirst du aus den Hauptzutaten machen? Ja, ich versuche auch ein zweierlei vom Perlhuhn zu machen. Das ist ja das Schöne, wenn man schon mal so ein ganzes Tier hier liegen hat. Ich werde die Keule so ein bisschen all'ancienne, so ein bisschen auf die rustikale Art schmoren. Mit Speck und Zwiebeln, Knoblauch und Thymian. Und aus der Brust werde ich machen ein kleines Picata Milanese. Oh. Und ich versuche die Haut, die ich ja dafür entfernen muss, damit ich mir kleine Schnitzelchen schneiden kann, dann durch die Meile in der Panierung das Ganze lassen. Und ich versuche die Haut zwischen Backpapier, um noch so für die Sensorik was Trottes zu bekommen, im Ofen knusprig werden zu lassen. Oh. Dazu gibt es einen Spargelsalat. Ja, da sind wir natürlich bei dem, was ich auch spontan im Kopf gehabt hätte. Das heißt so eine Art Salat tatsächlich, wo man das alles irgendwie so ein bisschen einbaut und wo man mit Säure spielt und wo die Burrata halt eher so ein bisschen, ja, wo man sich nicht so viel Sorgen um die Burrata machen muss, wo man die gut einbauen kann. Das ist sehr, sehr schlau. Ich bin mal gespannt, vor allem Brust und Keule, freue ich mich auch. Es ist natürlich Handwerk dabei, man schaut, ob die Keule irgendwie paniert wird oder was unser Profi damit macht. Spannend. Lieber Ralf, was gibt's bei dir? Ich sehe den Kochtopf wieder. Ja, ich meine, ich habe es ja gestern bei Mario gesehen, dass er irgendwie dieses Ragu in so kurzer Zeit fertig bekommen hat. Und ich würde, wenn wir ein ganzes Perlhuhn haben, würde ich gerne jetzt einfach die Karkasse, die ganzen Knochen, die habe ich jetzt hier schon im Topf, dass wir so eine Art Potofö machen. Also ein Feuertopf oder Eintopfgericht. Also hier ziehe ich den Fong aus den Knochen. Dann würde ich gerne die Keule einfach braten. Die Brust würde ich gerne als Roulade füllen und poschieren. Die Haut würde ich gerne krossen. Und den Flügel würde ich gerne hohl auslösen und mit Spargel füllen und auch backen. Dazu ein bisschen Spargel, Spinat, Tomaten und ja. Und natürlich der schöne Burrata, der mich eigentlich irgendwie da nicht so richtig rankommt. Aber ja, Kartoffeln noch frittieren. Also es gibt einen Eintopf bei mir. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich, liebe Zuschauer. Sehr spannend. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich auch Ihnen heute wieder einen kleinen Tipp für die Haushaltsküche oder für zu Hause zu geben. Und zwar so ein Spargelösti. Spargel natürlich jetzt in aller Munde. Wir beginnen damit, dass wir für so ein Spargelösti eigentlich zwei Hauptzutaten brauchen. Ich habe hier gekochte Kartoffeln. Die sind gestern gekocht worden, geschält und lässt man sie über Nacht stehen. Und ich habe da vorne grünen Spargel, laich geschält und weißen Spargel komplett geschält. Und ich habe jetzt die Aufgabe natürlich, diese Kartoffeln sollten festkochend sein. Die muss man jetzt schön reiben. Wie gesagt, dürfen auch nicht zu weich gekocht sein. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, weil das dauert jetzt ein bisschen. Und aus den Spargel mache ich also Folgendes. Ich tue den Spargel hier so mit dem Sparschäler einfach solche Streifen schneiden. Und diese Streifen von weißem und grünem Spargel mische ich dann natürlich mit den Köpfen unter diese geschabten Kartoffeln. Und das gibt nachher mit Stärkemehl vermischt und mit Salz erstmal meine grundsätzliche Röstemasse, die ich dann in einer heißen Pfanne mit Butterschmalz schön ausbrate. Ja, das mache ich jetzt zuerst. Was macht der Martin zuerst? Ich habe jetzt meinen Huhn gebraten, also mein Keulenfleisch und meine Brust. Jetzt habe ich meinen Spargel geschnitten im asiatischen Schnitt, also mit dieser kleinen Drehung hin, um eben mehr Oberfläche exponiert zu haben und mehr Spargelgeschmack. Mein Spargel bleibt heute roh. Den mariniere ich jetzt einfach mit Salz und Zucker und lasse den ziehen, weil ich mache so eine Salsa, so eine lauwarme Salsa und da kann der ruhig roh bleiben. Und durch das Salz und durch den Zucker wird der jetzt schon mal so ein bisschen gegart. So, ihr seht jetzt hier, ich bin noch immer am Spargelfäden am machen, also die grünen Spargel und die weißen Spargel werden also hier zu so einer Masse verarbeitet. Dann kommt dazu Stärkemehl. Also kein Ei, sondern nur Mais- oder Kartoffelstärke, damit das Ganze so eine schöne Bindung bekommt und auch durch die Fäden hält das Ganze natürlich besser zusammen. Ich muss es jetzt erstmal schön vermischen, so, dass es noch eine schöne Rösti-Masse gibt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, das ist eine sehr gute Idee, also so ein Rösti zu machen, weil man natürlich dann den Spargel auch mal auf eine andere Art und Weise verarbeiten kann. So, dann mache ich rein noch ein bisschen Salz. Das habe ich, glaube ich, hier. Jawohl. So, gut würzen und Pfeffer. Und dann werde ich diese Masse einfach hier in diese flache Pfanne reingeben mit Butterschmalz. Sie sehen hier, das ist schon etwas mehr Butterschmalz. Und ich werde dann dieses Ganze beschweren, indem ich einfach so einen Kochtopfboden oben drauf stelle, damit die Masse schön kompakt bleibt beim Braten. Darf auch nicht zu dünn sein, das Rösti, gell? Also bei mir läuft es. Bei dir auch, Ralf? Oh, bei mir läuft es auch eigentlich total toll. Und ja, jetzt muss ich nur noch diesen Flügel halt auslösen. Also ich habe ja im Endeffekt diese drei Gelenke und ich versuche, es hier unteren zwei auszulösen. Das heißt, wir machen hier oben einen Schnitt. Einmal außenrum, einmal in... Schön in aller Ruhe. Die Zuschauer wollen von uns viel lernen, gell? Die haben nicht so oft die Gelegenheit, die Köche hier kochen zu sehen. Okay, und jetzt versuche ich, das Fleisch halt von dieser... Von dem Knochen halt so drüber zu schaden. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Auch einmal mit dem Messer außenrum fahren. Und jetzt schiebt man das von der Seite... ...rüber. Wir lösen jetzt noch so ein bisschen die Gelenke. Entschuldigung. Und jetzt dann zieht man das hier rüber. Das sieht natürlich jetzt halt sehr chaotisch aus. Und wenn man das jetzt aber von links nach rechts wieder dreht, hat man im Endeffekt diesen Flügel eigentlich hohl ausgelöst und kann natürlich das mit allen möglichen Füllen. Dadurch, dass ich jetzt natürlich keine Garnelen im Warenkorb habe, nehme ich nachher einfach ein Stück Spargel. Und dann kommt der Spargel da in die Mitte und dann wird das gebacken. Dann haben wir außenrum die große Perlhuhnhaut und in der Mitte halt den Spargel. So, bei mir zeige ich mal ganz kurz jetzt. Ich habe hier ein Stück auf der einen Seite Backpapier, auf der anderen Seite Alufolie draufgelegt. Ich habe jetzt hier einfach das draufgetan und beschwere jetzt, wie gesagt, mein Röst und lasse es so einfach schön langsam braten, nicht zu heiß, damit die Kartoffeln schön braun werden und das Rösti auch nachher gar ist. Und liebe Zuschauer, denken Sie noch mal, dass die Spannung steigt. Heute gibt es die doppelte Punktezahl und es gibt, ja, wie gesagt, sechs Punkte für den Gewinn. Und das ist alles noch, wenn wir mal schauen, wer am Ende 3.000 Euro für einen guten Zweck spenden wird. Ja gut, ein enges Höschen, würde ich sagen, vor so einem Finale. Sieben zu acht zu neun. Aber durch die doppelte Punktevergabe ist natürlich alles möglich. Also auch dem Ralf kann es jetzt natürlich gelingen, mit sechs Punkten auf die Eins zu springen. Und auch wenn wir anfangs der Woche gesagt haben, ja, wir nehmen das mit so einem Augenzwinkern, oder das ist ein Wettkampf. Ich denke mal, da bin ich nicht alleine, wenn man jetzt dann so spürt in so einem Finale. Also man möchte jetzt nicht mit Absicht irgendwie den letzten Platz machen. Nee, ich finde Finale eigentlich, ich meine, das ist ja immer das Tollste eigentlich. Wenn du irgendwie auch irgendwann mal im Finale stehst, willst du es auch gewinnen. Klar will ich mir den Sieg holen und Gas geben tue ich sowieso. Mario. Jo. Du hast schon mal hier gekocht, gell? Ja, ich durfte schon mal hier kochen und das war eine total tolle Erfahrung. Und eins muss ich ja dann wirklich mal sagen an dieser Stelle, das ist auch wirklich für uns Profis toll, dass wir, man hat das ja gestern, glaube ich, gesehen, also Hauptgang und Dessert, es sah wirklich hier aus, wir kochen unter normalen Umständen, glaube ich, ein bisschen sauberer. Aber auch, dass wir hier nichts aufräumen müssen, ist schon was Besonderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich genieße das einfach hier so ein bisschen mit den Kollegen sich auch auszutauschen, dann auch hinter den Kulissen noch einfach mal so, weißt du noch damals und kannst du dich noch erinnern, das ist für mich eine sehr schöne Zeit und ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf. Aber das muss man vielleicht auch mal sagen und das ist ein gutes Stichwort für Sie zu Hause. Liebe Hobbyköche, liebe Hobbyköchinnen, also hier seht ihr, wir haben gute Voraussetzungen und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich jetzt wieder bewerben würden hier beim ZDF. Sie werden in Hamburg gut betreut, Sie haben nette Menschen um sich, Sie haben alle Voraussetzungen in der besten Qualität. Also wir freuen uns auf Ihre Bewerbung beim ZDF. Sie sehen jetzt gerade eingeblendet, wo Sie sich bewerben können. Und demnächst wird hier wieder richtig aufgekocht. Und die Leute freuen sich, dass die Hobbyköche wieder voll im Einsatz sind. So, ich habe zwischenzeitlich noch ganz kurz ein bisschen Spargel übergehabt. Ich habe gedacht, bevor ich den jetzt weg tue, habe ich den Spargel einfach hier in Butter, lasse ihn ganz langsam schmoren, mit ein paar Tropfen Fond oder auch Wasser. Ich werde nichts wegtun. Und Sie sehen hier mein Rösti, wenn Sie hier mal genau reinschauen, das kann man bewegen. Das ist aber sehr sensibel. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Sie sehen hier schon die braune Kruste. Ich tue jetzt ein bisschen Butter rein am Rand, damit es so ein bisschen butterig schmeckt auch noch, weil ich habe vorher Butterschmalz drin gehabt und werde dann den Ralf bitten, ob er mir den großen Teller leihen kann oder brauchst du den zum Anrichten, deinen großen Teller? Welchen? Den kannst du haben. Kannst du mich bitte vorne hinschauen, damit ich den abholen kann? Ich muss nämlich meinen Rösti dann umdrehen. Das ist schwierig. Ja, so, vielen Dank. Der Teller steht, Johann. Vielen Dank, sehr nett. So, alles klar. Bin ich manchmal. Gut, Mario? Ja, ich bin dabei, den Tomatensalat jetzt aufzubauen. Also zuerst habe ich eine rote Zwiebeln gehobelt. Dann habe ich rote und grüne Tomaten blanchiert, kurz abgeschreckt und die Schale abgezogen. Weil ich natürlich hoffe, dass der Nelson das dann irgendwie zu schätzen und auch zu erkennen weiß. Den weißen Spargel habe ich mit orange Saft mariniert. Ein bisschen orange Schale ist dran. Und den lasse ich jetzt sozusagen in diesem eigenen Saft hellbraun dünsten. Also poellieren, um den Fachbegriff gerne nochmal zu benutzen hier an dieser Stelle. Und die Keule ist hier auf Dampf im Ofen. Ich glaube, die kann ich auch schon mal gleich abdampfen lassen. Und dann würde ich gerne mal einen Blick werfen in den Ofen, was meine Hühnerhaut sagt. Denn ich weiß aus Erfahrung, dass das mit Hühnerhaut durchaus mal ein Problem werden kann hier in der Küchenschlacht, in der Profiküchenschlacht. Was ich, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch dran. Das war, als der Björn Freitag hier, glaube ich, dreimal nach Hühnerhaut gekräht hat. Ja. Und ich habe jetzt aber, ich habe jetzt aber so Glück gehabt und ich sage ja, manchmal muss man sich Glück auch ein bisschen erarbeiten. Die ist auf den ersten Blick super kross geworden. Also damit bin ich schon mal sehr glücklich. Ja, du hast gesagt vorhin etwas, was habe ich nicht ganz verstanden, hier Poelieren oder was hast du gesagt? Bei 210. Poelieren, ja. Was heißt das genau? Poelieren ist hellbraun dünsten. Und das sieht man jetzt hier super schön. Der hat genau so ein bisschen Farbe genommen, so ein bisschen Brataromatik, ist aber nicht schwarz geworden. Und jetzt kann ich sozusagen auch das hier dazugeben und mir langsam meinen Salat aufbauen. Gut, wunderbar. Sieht auf jeden Fall super aus. So, ja. Ich werde jetzt hier so eine kleine Soße zubereiten für meinen Spargel, Kartoffelröst. Ich habe einfach Senf und Creme Frisch gemischt. Gebe jetzt dazu ein bisschen Honig. Natürlich nicht zu süß, weil wir machen ja noch Räucherlachs dazu. Da passt es sehr gut dazu. Dann habe ich hier vorne noch Dill. Da werde ich so ein Mittel Dill reinhacken. Und das Ganze werde ich mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann haben wir schon mal so eine kleine, schnell gemachte Creme Frischsoße. Und gleich werde ich euch zeigen, wenn ich noch mal genau geschaut habe, was der Ralf alles macht, wie mein Rösti umgedreht wird. Ralf, was machst du? Ich habe jetzt hier meine Rolle. Die lege ich noch mal ein, weil ich glaube, die ist noch nicht fertig. Jetzt haben wir den Spargel hier so ein bisschen angegart. Jetzt nehmen wir da einfach noch ein Basilikum-Blatt. Wir rollen das Blatt um den Spargel. Wenn ich gut drauf bin, nachher werde ich den Perlhuhnflügel noch mit einem Spargel füllen und den halt dann frittieren. Jetzt geht der Spargel in den Flügel. Du schiebst das jetzt in diese ausgelöste Keule, den Spargel. Ja. Mit Basilikum. Mit Basilikum, ja. Und das wird auch gar nachher, weil die Keule ist ja meistens C oder der Flügel. Nein, das ist ja der Flügel. Ja. Ja, weil das ist ja an sich nur Haut. Und jetzt haue ich das dann einfach in die Fritteuse, ja, in tiefem Fett. Und dann backe ich das einfach, bis es knusprig außen ist. Wenn man es mit der Garnele füllt, ist natürlich dann der Trick, dass die Garnele in der Mitte noch glasig ist. Aber das ist eine super tolle Idee. Habe ich noch nie gesehen. Ja, das geht auch echt gut. Sehr, sehr gute Idee. So, jetzt ganz kurz bitte einen Blick, weil jetzt kommt nämlich der schwierigste Moment zum Rösti-Wenden. Das ist immer so ein Thema, wie macht man das? Ihr habt ja gesehen am ersten Tag, mein Apfelfarnkuchen wäre mir fast verunglückt. Jetzt gehe ich aber her und tue erst mal das Rösti hier auf den Teller. Den habe ich vorher geölt. Und jetzt mache ich es gerade umgekehrt, wie ich das vorhin gemacht habe. Und seht ihr, das hat jetzt eine wunderschöne goldbraune Farbe. Und so sieht ein Rösti aus, aus Spargel und Kartoffeln. Und so sieht ein glücklicher Johann aus. Ja, genau so muss es sein. Yes! Passt, ihr Lieben. Ich habe Glück gehabt heute. Glück ist das Toll. Früher hätte ich gesagt zum Publikum, wo bleibt der Applaus? Aber den Applaus, den müssen Sie jetzt zu Hause abliefern. Nee, er auch jetzt. Riecht so. Mein Spargel, dünsert in schön viel Butter. Also bei mir läuft es. Ich hoffe, bei euch auch, Martin. Ja, bei mir läuft es. Ja, aber was läuft, möchte ich wissen. Ja, ich war jetzt gerade schwer beeindruckt, was der Ralf da drüben macht. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Hier mit gefüllten Flügel und so weiter. Da ist mir fast schon peinlich, wie einfach ich hier drüben koche. Ralf ist halt echt krass. Es wird zum Schluss gegessen, Martin. Bleib locker. Das ist halt ein ganz einfaches, sommerliches Gericht. Also Rösti habe ich. Spargel habe ich schön. Hier habe ich noch ein bisschen Basilikum. Den tue ich noch um den Spargel mischen zum Schluss. Den nehme ich jetzt auch hier einfach weg. Ihr Lieben. Bitte. Mario, erzähl ein bisschen was, wie weit du bist. Ja, wir hatten das ja schon mal im Laufe der Woche, um dem Spargel noch so ein bisschen Tiefe zu geben. Spargel wird ja gerne gegessen mit Hollandaise, also der klassischen Buttersauce. Mache ich jetzt hier noch so eine, versuche ich herzustellen, eine Basilikum-Emulsion. Um dann vielleicht später beim Anrichten noch so schöne kleine Tupfen präsentieren zu können. Ich habe was Krosses und ich muss dann irgendwann mal gucken, was jetzt genau mit der Keule ist und müsste anfangen noch das Piccata zu braten. Da drüben ist schon mal gewaltig Druck auf dem Kessel, würde ich sagen. Ralf, willst du hier die Bude abräuchern, oder was? Hey, jetzt komm. Es hat vorhin, war es auch mal, dachten wir alle, es wäre verbrannt. Es war dann doch nicht verbrannt. Viele haben ja Angst vor dem Stechkochtopf, aber wenn man hier den Dampf vorher ablässt, kann nichts passieren. Aber wenn du das gerade riechst, also das riecht schon, das riecht gut. Das ist aber nur, das machst du ja nur mit einem Sud. Das ist nur der Sud jetzt, das ist ein schnell gemachter Fond, ja? Ja. Hervorragend, der schmeckt bestimmt sehr intensiv, oder? Ja, ich hoffe doch. Ja, ich möchte dich gerne wissen, ich kann es ja leider nicht probieren. Mh, ja. Bisschen Salz noch. So, was passiert mit dem Sud, was machst du damit? Den lasse ich jetzt durch ein Etamin, also durch ein Passiertuch. Passiertuch, genau. Und an sich möchte ich an dem Fond gar nicht mehr viel machen. Also ich, letztendlich, es ist kein klassischer Eintopf, weil ich die Sachen ja alle irgendwie extra gegart habe. Aber, äh, wir sind ja bei der Küchenschlacht, ich wollte es halt so ein bisschen schicker machen. Und ich bin ja im Moment immer noch derjenige, der am wenigsten Punkte hat. Und, äh, ich versuche... Ist das so? Ja, das ist leider so. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist so. Naja gut, noch ist nicht aller Tag, ja. Du hast sieben Punkte, guck mal. Du weißt ja, gelacht wird zu schnuss, oder wie heißt das? Genau. Wer zunetzt lacht. Wer zunetzt lacht, lacht am besten. Lacht am besten. Ganz kurz nochmal vielleicht hier. Du machst jetzt was in den Sud rein? Äh, jetzt gebe ich den Spargel rein. Ja. Dass ich den Spargel natürlich in diesem kräftigen Fond ziehen lasse. Okay. Dann kommen noch diese frittierten Kartoffelwürfel später dazu. Äh, dann lasse ich noch ein bisschen Spinat reinfallen. Äh, ich habe jetzt hier noch so ein paar Tomatenfilets, dass ich die auch mitverarbeite. Äh, dann am Schluss zupfe ich den Burrata noch so ein bisschen einfach drüber, dass wir so ein bisschen Molke noch dabei haben. Und, äh, Spinat gebe, ja, Spinat lasse ich auch noch reinfallen. Und hier frittiert gerade der Flügel. Also das Spannendste an dem Gericht ist jetzt halt, wie das, wie die, äh, Burrata eingebaut wird, meines Erachtens, weil die Burrata ist halt, äh, ein schwieriges Produkt, weil das, wenn du das in eine Soße machst oder so, wenn das Hitze zugeführt wird, dann kann die Burrata sich halt, äh, auch unangenehm verändern, dass sie irgendwie Fäden zieht oder grisselig wird oder so. Und, äh, das, das ist für mich die Schwierigkeit da dran. Ich hab zwischenzeitlich hier einfach diese Spargelstangen noch verfeinert mit ein bisschen geschnittenem Basilikum. Mach jetzt ein bisschen Butter drüber noch zum Garnieren. Dann hab ich hier vorne noch ein bisschen Räucherlachs. Sie können natürlich auch jetzt könnten die Burrata dazu machen. Und dann tut man einfach hier so schöne Räucherlachscheiben, die man ja so besoren kann, so ganz locker auf dem Rösti verteilen. So schön großzügig, so wie eine deutsche Pizza, so ähnlich jetzt um die Jahreszeit mit Spargel. In der Mitte noch so ein kleines Röstchen drauf. So, schauen Sie mal hier. Und jetzt kommen noch so paar kleine Tropfen, Tropfen von dieser Dillcreme fraiche. Dazu mit Honig. Und dann würde ich sagen, ich bin so froh, dass ich dafür keine Punkte bekomme. Aber die bekommt ihr heute. Also, das ist jetzt meine Variation für euch zu Hause. Spargel-Kartoffelrösti mit Spargel, Tomaten und Räucherlachs und einer kleinen Dillcreme fraiche. Viel Spaß damit und jetzt konzentrieren wir uns auf das, was meine Kollegen machen. Wir beginnen beim Ralf. Ich versuche jetzt gerade noch so ein schnelles Basilikumöl zu machen. Mein Pesto, wir haben jetzt also keine Pinienkerne oder andere Nüsse, glaube ich, da. Ich nehme ein bisschen Parmesan, habe einfach klein geschnittenen Basilikum, den ich jetzt mörser. Ja, du machst das am Pesto, also quasi ohne Nüsse, ohne was. Ja, genau. Es ist an sich die Marinade für den, ähm, für unseren Käse. Also für den, ähm, ähm, oh, ich hänge gerade. Wie heißt der Käse? Burrata. Burrata. Genau. Was macht denn der Martin da? Ne, was macht der Mario? Karamellisiere die Burrata. Weißer Zucker, ich habe die so ein bisschen auseinandergezupft. Und jetzt versuche ich einfach hier so oben so ein bisschen, für die Sensorik, noch so einen kleinen Knusper. Ich hoffe, dass der Zucker jetzt nicht irgendwie ganz doll Wasser zieht. Äh, das geht eigentlich mit so einem Bunsenbrenner hier ganz easy. So eine Art wie Creme Brûlée. So eine Art wie eine Creme Brûlée, genau. Und gucke noch mal ganz kurz in den Ofen, wie spät es ist, weil, was habe ich hier noch drinne? Da habe ich noch Zeit, da habe ich noch etwas Parmesan. Das heißt, ich könnte mich jetzt schon mal an meine kleinen Picatas geben. Okay, Picata ist ja ein, das, man sagt ja auch so ein bisschen das Vorgericht vom Wiener Schnitzel. Da kommt ja nur rein Ei, also zuerst Mehl, Ei und dann Parmesan. Ja, das ist diese schöne Mailander Panierung. Ich esse das eigentlich gerade im Sommer immer sehr gerne. Und ob man jetzt ein Stück Kalbsfleisch oder auch Pute oder in dem Fall was Ähnliches wie Perlun benutzt, Parmesan-Eihülle, ganz leicht vorher gewürzt, ganz leicht melliert. Und jetzt lasse ich hier diese zwei kleinen Schnitzelchen mit rein. Und die Haut habe ich hier vorne schon gekrosst, sodass ich es zumindest geschafft habe, das Perlun in drei Teile zu zerlegen, um es dann zu präsentieren. Und das ist dann Butterschmalz, richtig? Das ist Butterschmalz, ja. Okay, Butterschmalz, das verbrennt nicht so schnell, das ist also das reine Butterfett. Binde waschen, nicht vergessen. So, das ist hier jetzt bei Martin die Perlhuhnbrust in der Pfanne. Hier. Und was ist da noch dabei? Das ist das Keulenfleisch, was ich in die Soße inkorporiere, in meine Salsa. Wird noch klein geschnitten, ja? Wird dann klein geschnitten und darunter geschnitten. Darunter gewischt. Sieht sehr lecker aus, würde ich sofort essen. Dann nehme ich Spinat, junger Spinat, oder? Mit Spinat dazu, jetzt brauche ich noch eine Muskatnuss. Okay. Und ich bin sehr gespannt, die Aufgaben noch auf Sie, liebe Zuschauer, zu Hause heute. Es waren ja drei Hauptzutaten, die man verarbeiten muss. Nämlich ein Berlhuhn, dann muss man verarbeiten Burata und weißen Spargel. Und den Rest konnte man so ein bisschen bis auf ein paar Zutaten frei bestimmen. Und was rauskommt, werden wir gleich erfahren. Und Nelson Müller freut sich schon sehr auf das Ergebnis. Denn am Ende geht es heute bei uns, wie gesagt, um den Wochensieg und natürlich um den sozialen Zweck in Form von 3000 Euro. Ist deine Roulade schon, Ralf, wie weit ist die? Ja, die ist ein bisschen zu weit geworden, würde ich jetzt mal einfach sagen. Zu weit? Zu weit. Das heißt, du hast hier diese in Wasserbad oder wo gegart? Ja. Also ich habe das Wasser natürlich mit Salz, Zucker, ein bisschen Aromaten gewürzt. Und wenn ich sie jetzt so... Na, wie mache ich das denn? Das ist jetzt also quasi die Brust gefüllt? Das ist die Brust gefüllt, ja. Also sie geht noch, sie ist noch schön saftig. Sieht sehr schön aus, gell? Und wunderbar schnell zubereitet, gell? Ja. So Mario, was machst du da in den Ofen? Ich lasse das Piccata jetzt einfach, weil ich vom Timing her mich ein bisschen verschätzt habe. Ich bin fertig, lasse es noch kurz da drin ruhen. Und werde jetzt beginnen, ja im Prinzip anzurichten, ja. Ich weiß ja, die Zeit geht jetzt dann immer rasend schnell. Es geht immer zum Schluss, es geht die letzten zwei, zweieinhalb Minuten, die sind ruckzuck vorbei. Und ihr wisst ja, wenn dann die Musik ertönt, dann sind es die letzten zwei Minuten. Und dann ist es immer schön, wenn man das Ganze natürlich schon anrichten kann. Aber das sage ich jetzt nicht so leicht. Ich habe leicht reden und leicht lachen, ich stehe auf der anderen Seite. So, Ralf, was schneidest du da? Das ist jetzt die ausgelöste Keule. Die ist auch schön kross und knusprig. Warum schneidest du da alles weg? Na, ich wollte... Na, du hast mir gerade gesagt, wir sollen es schön machen. Achso, Entschuldigung. Und vor allen Dingen hast du natürlich, wenn du was wegschneidest, immer die Möglichkeit, auch was zu probieren. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Wir sehen also hier die Keule und die gefüllte Brust bei dir. Und das schmeckt offensichtlich. Wunderbar. So, 1,45. Mario, was hast du jetzt rausgeholt? Dein Piccata und... Äh, nee. Ich habe jetzt gedacht, damit es irgendwie noch ein bisschen mehr knuspert, mache ich noch ein kleines... ein kleines, das sind immer so Kochworte, ne? Ein bisschen ein Schnitzelchen aus geriebenem Parmesan mit dabei. Ah, okay, so ein Parmesan-Chip. Parmesan-Chip. Jetzt versuche ich, das Ganze irgendwie so ein bisschen nach oben zu bauen. Kürzer ein Blick in das Piccata. So, wir haben gleich die letzte Minute, Leute. Und die Spannung steigt wahnsinnig. Ah, guck mal hin, wie schön hier bei Mario. Wunderbar. Wahnsinnig schön ist das hier. Ganz moderne Küche. Ja, hier beim Ralf gerade angerichtet. Die Fadella. Was ist das grüne? Babyspinat? Babyspinat. Spargel. Oh, wunderschöner Teller. Mario, guck mal. Nee, das ist Mario, genau. Mario, richtig schön hier. Mit was ist das die grüne Soße? Das ist eine Mayonnaise. Ich nenne sie jetzt einfach mal eine Genovesa-Mayonnaise. Okay, mit einem Pesto zusammen. Genau, mit Basilikum. 20 Sekunden noch, Leute. Das ist heute das große Finale in dieser Woche bei der Profi-Küchenschlag-Woche. Und ich kann nur sagen, ich klatsche jetzt mal für alle die letzten 10 Sekunden, denn ihr habt das großartig gemacht. Vielen, vielen Dank für den super Einsatz und ich bin sehr stolz, solche tollen Kollegen hier zu haben, die sich bereit erklären, das zu machen. Vielen, vielen Dank. Aus. Das ist bei diesen Gerichten jetzt alles sehr freestylig zusammengestellt, liegt natürlich am Warenkorb. Deshalb kann man da nicht so wirklich sagen, welches jetzt schwieriger oder was weniger, also einfacher ist. Fakt ist, dass ich weiß, dass ich es mit drei absoluten Profis zu tun habe und das ist schon Grund genug, sich einfach nur zu freuen. Lieber Martin, du darfst als erstes präsentieren. So, ich habe hier ein ganz einfaches, sommerliches Gericht, nämlich diese Burrata, die ich in Ruhe gelassen habe, mariniert mit dieser Tomatensalza. Das Keulenfleisch ist in der Salsa mit eingearbeitet. Dann sind der Spargel, Spargel ist dabei, der ist roh mariniert. Ein bisschen Spinat und so ein bisschen Pesto und ein bisschen Kartoffelcroutons. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, ich sehe da, was die anderen machen und ich finde da reif. Guck nicht auf die anderen, du musst mit deiner Arbeit selbst zufrieden sein. Ich bin zufrieden. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, bitte Mario. Boah, das ist total krass, wie aufgeregt. Ich bin nicht zittere. Und habe, ja, ich finde eigentlich auch einen ganz schönen Teller gemacht. Ich hätte also selber auf alle Fälle Lust, diesen Teller aufzuessen. Die Brust und die Keule, die Keule geschmort, die Brust als Piccata verarbeitet, dann, um den Parmesan aufzunehmen, kleine Chips noch gemacht. Der Basilikum findet sich sowohl im Salat wieder, als auch in dieser in Tupfenform aufgetragenen Mayonnaise. Und die Burrata ist karamellisiert. Also, ich habe alles gegeben und mehr kann ich auch nicht. Du hast auch alle Zutaten drauf. Ja. Vielen, vielen Dank für den tollen Einsatz. So, jetzt fällt noch der liebe Ralf. Also, der Ralf hat einen Eintopf vom Perlhuhn gekocht mit Spargel und Burrata. Wir haben in dem Eintopf eine kleine Roulade mit Basilikum gefüllt von der Brust. Wir haben den Flügel hohl ausgelöst und gefüllt mit Spargel. Wir haben die Keule groß gebraten. Die Haut von der Brust haben wir natürlich noch als Chip gemacht. Wir haben ein bisschen Babyspinat drin. Wir haben ein bisschen ausgelassenen Speck drin. Wir haben Kartoffelwürfel drin. Und das war's. Ja, Ralf, du bist zufrieden. Ich sehe es dir an, du bist glücklich. Obwohl du zum Schluss ein bisschen geslucht hast, also fertig warst. Jetzt nochmal ein kleiner Blick hier auf das Rösli, was ich gemacht habe mit dem Spargel und dem Räucherlachs und ein bisschen so eine Creme Fraiche mit Honig und Dill. Ich denke, auch so ein kleiner Imbiss zwischendurch. Das muss aber Gott sei Dank nicht bewertet werden, denn ich habe damit nichts zu tun. Ich freue mich sehr, dass er die anderen Essen beurteilen muss. Hier ist der wunderbare Kollege und Fachmann und Koch und Spitzenkoch. Hier ist Nelson. Ich freue mich sehr, lieber Nelson. Ganz kurz, es gab drei Hauptzutaten. Perl, Hohn, Spargel und Burrata. Musst du auf jeden Fall auf dem Teller finden. Der Rest ist ein bisschen Improvisation, beziehungsweise die Kreation. Bitte sehr, guten Appetit. Ja, das schaut richtig gut aus. Und ja, ich starte mal hier beim Potafö vom Perlhut. Schaut richtig gut aus, muss ich sagen, so als, ja, so Eintopf. Hier sehe ich so eine Roulade, ein Chips sehe ich, Spargel. Ich probiere jetzt einfach mal am ersten Mal den Sud. Ist ja spannend hier. Boah, der schmeckt auf jeden Fall nicht nach 35 Minuten. Der schmeckt, als hätte er einige Stunden Zeit gehabt zu reduzieren. Echt schön. Alles hier live gekocht, alles. Ja, ist krass, ist krass. Also auch von der Anrichterweise hier, ich schaue, mach so einen kleinen Flug hier drüber richtig gut. Mhm. Mhm. Kartöffelchen. Kartöffelchen, ja. Spargel. Bisschen Speck. Hier. Mhm. Die Haut. Kross, schön dünn gemacht hier, richtig klasse. Mhm. Dann hier, aufwendig, so ein Röllchen hier, wahrscheinlich aus der Brust. Genau, gefüllte Brust. Mhm. Mhm. Perfekter Garpunkt. Dann hier, so ein Allerant noch irgendwie. Das ist ein Geflügel, genau. Das ist ein Flügel, der wurde mit Spargel gefüllt. Mhm. Auch mega. Die Brust ist so weiß, ich sehe es leider von hier nicht. Die Brust ist gefüllt, so eine weiße Brust, es ist bochiert oder so. Ja, ja, ich bin auch froh, dass du nicht so nah hier dran bist. Ja. Sonst würdest du mir was wegessen hier wahrscheinlich. Mhm. Echt lecker. Wow. Der Flügel ist mega. Mhm. Hier die Keule. Ich esse ja am liebsten Keule. Auch richtig gut, so eine schöne krosse Haut. Und es ist witzig, dass wir auf der einen Seite so einen Fond haben, aber trotzdem immer so krosse Texturen zwischendurch dabei sind. Hier die Burrata. Könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber ja, hier mit dieser Tomate und dem, ich glaube, das ist so ein Basilikum noch irgendwie so. Also du hast hier so einen mediterranen Einschlag wieder dabei und also Geschmacksbombe, Texturen, hier Massaker hätte ich fast gesagt, Starpunkte, mega. Ja, wir freuen uns. Großartig, Kompliment. Hier haben wir Burrata mit zweierlei vom Perlhuhn, Tomaten, Spargel, Salza und Kartoffelcoutons. Ja, hier ist die Burrata etwas deutlicher im Vordergrund. Hier, schön. Gut, die ist wahrscheinlich nicht so naturgelassen. Schön cremig, super. Hier ist die, ist die bei der Brust unter die Haut gefüllt worden. Wow. Auch richtig lecker. Mhm. Wow. Richtig schön gebraten, tolle Haut. Schön, ähm, diese, diese Füllung da unter der Haut macht richtig Spaß. Bin absolut verleitet hier jetzt immer noch mal den zweiten und dritten Bissen in den Mund zu stecken, aber ich halte mich noch mal ein bisschen zurück. Es muss ja auch richtig exakt heute, glaube ich, in Detail alles geguckt werden. Mh, wow. Hier haben wir das zweierlei wahrscheinlich so dieses Ragout hier. Ich schätze mal, dass das auf der Kolbe... Genau, Ragout mit einer Salsa gemischt. Mhm. Mhm. Ja, auch echt lecker. So kalt-warm-Spiel hier dabei. Auch, auch mit so einem Pesto gearbeitet. Die Kartoffel-Coutons noch dazu. Mhm. Auch richtig lecker. Richtig gut gemacht. Ganz anders in der Stylistik. Ähm, aber auch echt gut. Und jetzt gehe ich hier nochmal rüber. Also auch hier wieder unfassbar angerichtet. Richtig schön. Mhm. Auch wieder so ein Chip. Boah. Da ist noch schön Salz draufgekommen auf den Chip. Das macht natürlich auch richtig Spaß. Dann hier ist die Burrata so ein bisschen karamellisiert. Das ist aber auch geil. Mhm. Also ich schätze, dass viele Menschen sehr viel Geld zahlen würden, um hier an dieser Stelle zu sitzen, wo ich hier bin. Das ist auch echt, das weiß ich echt zu schätzen, das ist was ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die hier ist im Teller und die ganze Kocherei. Und ich weiß, wie viel Mühe das macht. Boah. Hier sind wir nochmal schön mit Käse gearbeitet, so ein Piccata. Mhm. Ja, ihr wisst schon, wie es geht, gell? Ja, wie ein Schweinchen, ne? Ja, klein. Mhm. Hier nochmal Spargel. Mhm. So ein Salat. Cool. So ein, was ist hier das, das Grüne? Boah. So ein Mayo nochmal. Ja, Mayonnaise, genau. Ihr macht es mich schon fertig hier. Die Keule darf ich jetzt hier wie beim Ritter mal. Ja, ja, klar. Einfach am Knochen anpacken und... Aber nicht nach hinten schmeißen. Mhm. Das zerfällt hier, das Fleisch fliegt schon vom Knochen, da brauche ich gar nicht viel zu tun. Ähm, ja auch hier, vielen, vielen Dank. Mega, mega, mega lecker. Alle drei Gerichte richtig geil. So, ich gehe mal zum Pult und ich sage nochmal ganz kurz, bevor wir die Punkte vergeben, heute, dass es doppelte Punkte zahlen, gibt sechs für den Gewinner, vier für den zweiten und zwei für den drittplatzierten. Wir haben einen aktuellen Stand bis gestern von drei, fünf, sechs, sieben beim Ralf. Wir haben zwei, sechs, acht, neun bei Mario und acht haben wir bei dem Herrn Baudrechsel. Also jetzt entscheidet sich alles, bitte sehr. Wir fangen an, würde ich sagen, mit den zwei Punkten, wenn es geht. Ja, ähm, da geht es mir heute nicht besser als an den anderen Tagen. Es ist ziemlich schwer, aber es ist für den guten Zweck und das ist wichtig, dass dieses Geld eben auch an eine gute Organisation kommt und deshalb mache ich das Spiel natürlich sehr gerne mit und gebe die zwei Punkte heute hier zu Orange, zu der Salsa und der Burrata. Das Huhn war Hammer, äh, super lecker. Ähm, ja, das sind kleine Nuancen, wenn überhaupt. Okay, Martin Baudrechsel bekommt die zwei Punkte. Er hat jetzt zehn Punkte, genau. So, jetzt vier und sechs oder sechs zuerst. Sechs zuerst? Ja. Ja, ähm, gut, ich gehe wirklich nur nach dem, nach dem Geschmack. Mich hat eingerichtet, hat mich angesprungen. Das hat, äh, das war so ein bisschen ähnlich wie an dem, ich weiß gar nicht, an welchem Tag wir diesen, diesen Eintopf hatten, mit dem Safran und dem Fisch. Das war auch so Heimatküche, du hast in so einen Sud rein, bist da reingegangen und da war so viel Power und Energie, das ist für mich Soulfood und deshalb gehen sechs Punkte für mich nach Grün. Nach Grün. Und das ist? Das ist das Putterfüll. Genau, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das sind dann eins, vier, fünf, sieben und sechs sind 13 Punkte. So, und dann brauchen wir gar nicht mehr weitermachen, dann geht an das Gericht. Vier Punkte für Mario. Eins, zwei, drei, vier, drei, fünf und drei sind acht, neun und vier sind 13. Guck mal, 13, Gleichstand. Ja, 13 ist, äh, ne super Zahl, ich hab am 13., zweiten nämlich ja Geburtstag, deshalb, ich mag die 13, für viele ist es ja, äh, keine Glückszahl, aber ich finde es ist ne Glückszahl und Applaus an euch alle, herzlichen Glückwunsch. Ja, erst mal Kompliment euch beide, ihr lieben Ralf und Mario, wir haben Gleichstand, ja, beide bekommen 1500 Euro. Ralf, für was ist das Geld? Ich würde das Geld gerne, äh, nach Hamburg schicken, in die NCL-Stiftung, äh, die forschen wirklich, ähm, äh, das ist ne Art Kinderdemenz und es gibt ein Glück, nicht viele Kinder, die das bekommen, aber dadurch wird halt wenig von sich aus geforscht, also da muss man wirklich spenden und, äh, ja, meine 1500 gehen zur NCL-Stiftung. Im Namen der Stiftung, vielen Dank, Mario? Äh, ich spende an Wünsch-dir-was e.V., äh, das ist ein Verein, der ist in Köln eingetragen, die unterstützen wirklich schwer erkrankte Kinder und die erfüllen den Kindern einfach so einen Kinderwunsch, wie zum Beispiel einen Tag lang Prinzessin oder einmal die Fußball-Nationalmannschaft treffen und hab ne kleine Gänsehaut dabei. Ja, ich hab auch eine, herzlichen Dank auch an dich von dieser Stelle aus und von der Stiftung und ich kann nur eins sagen, leben Sie gut, kochen Sie gut, bleiben Sie gesund, das war die Küchenschlacht. Servus und vielen Dank und schönes Wochenende. Tschüss.